hallo und herzlich willkommen bei star 3 liebe freunde hier zeige ich euch erstmal einen neuen glitch aber erklärt sich schon von ganz alleine eigentlich ich wollte nur ein kleines info video hier machen wir haben ich schwanz versprecher vor versprecher vor der wind und ähm ich wollte ich nur sagen dass ich hier jetzt um mit star 3 zusammen wie das produziere und um das jetzt die mit sich bei mir hochgeladen wird auf meinen kanal sind auf seinen kanal dieser kanal also star 3 ist auch bei ihm verlinkt auf meiner kanal verlinkt also star 3 kalt und um genau wieder voll verpeilt bin ich jetzt gerade auf jeden fall wir arbeiten nicht zusammen bei mir werden auch noch selten vielleicht mal ein zwei videos kommen ich weiß es nicht aber hauptsache wir sind es zusammen wir machen das alles zusammen wie das jetzt und es werden gleich mal drei videos kommen hier plus dieses hier und ja die werden wir halt einen in einem dual commentary hauptsächlich machen und es wird dann um einiges witziger besser und alles okay das war es auch schon wieder und bis zum nächsten dracken ray i i Bis zum nächsten Mal.